Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei JustChristian und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meinem Shortcut-Format. Ihr wisst ganz genau, es gibt noch ein zweites Video dazu, was viel ausführlicher ist mit mehr Details und Bildern und weiß der Geier. Hier im Shortcut-Format, einfach nur das Wichtigste auf den Punkt, kurze Zeit und ihr könnt weiter spielen gehen. Heute will ich das iPhone 12 mal vergleichen mit einem Android-Konkurrenten. Wenn man 6,1 Zoll oder 6 Zoll Smartphones haben möchte mit High-End-Performance, dann ging über ein iPhone meistens nichts hinaus. Jetzt hat Asus seinen Zenfone 8 rausgebracht mit 5,92 Zoll und Hardware, die Snapdragon 888 zum Beispiel. Ob es mithalten kann oder ob es nur noch abstinkt und ob es überhaupt ein Konkurrent für ein iPhone ist, das seht ihr nach dem Intro. Deswegen viel Spaß, bleibt dran! So, da haben wir die beiden Geräte liegen und wie ihr es von meinem Shortcut-Format kennt, wenn ihr es schon gesehen habt, lasse ich jetzt einiges raus und beziehe mich nur auf das Wichtigste und versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Also, let's go! Wir haben in beiden Fällen Glas auf der Rückseite, matt, glänzend. Wir haben den Kamerabuckel mit zwei Kameras drin, wir haben den Rahmen aus Aluminium, wir haben die Front aus Gorilla Glass Victus beim Zenfone und Ceramic Shield beim iPhone. Prima! Auf der linken Seite lauter, leise Wippe oder lauter, leiser Tasten, Mute-Switch vom iPhone, Kenter. Auf der rechten Seite einen Ausschalter, lauter, leise Wippe. Einen Ausschalter haben wir hier auch, relativ groß. Auf der linken Seite ist nichts. Oben haben wir den Headphone-Jack, super geil. Unten haben wir USB-C 2.0, SIM-Kartenschacht, ein Lautsprecher und eine Benachrichtigungs-LED, die gerade leider nicht leuchtet. Hier haben wir den SIM-Kartenschlitten auf der linken Seite. Unten Lightning und Lautsprecher, ein Teil zweiter Hörmuschel in beiden Fällen. 5,92 Zoll auf der einen Seite beim Zenfone, 6,1 beim iPhone. Fingerabdrucksensor ist im Display. Der funktioniert auch, sag ich mal, zu 90% gut. Ich habe dann das ein oder andere Mal auch schon mal ein Problem damit, habt ihr gesehen, dass ich ein zweites Mal brauche. Ich tippe es an, zack. Aber ansonsten funktioniert der prima. iPhone entsperrt natürlich ganz normal mit Face ID. Von den Größen her geben sie sich beide nicht viel. Wie gesagt, wenn ihr genaue Größen hören wollt, guckt euch mal ein anderes Video an, in voller Länge quasi. Das höhere Gerät ist das Zenfone, das breitere Gerät ist das iPhone. Von der Dicke her fast 9mm, 7,4mm beim iPhone, weil hier muss ein größerer Akku rein. Deswegen liegt das Zenfone etwas besser in der Hand, das iPhone liegt etwas breiter in der Hand, was Leuten mit großen Händen dann doch ein bisschen von Vorteil ist. Und das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Beim Schreiben mit zwei Händen hochkant, natürlich geht es mit einer Hand ohne Probleme, aber wenn ich mal schnell schreiben will, zack, 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 zack und nicht in Landscape will, dann habe ich das Gerät hier schöner in der Hand, weil es einfach ein bisschen breiter ist. Mir gefällt einfach, dass der Aspect Ratio hier 18 zu 9 besser als diese 20 zu 9 oder irgendein 20 und ein paar gequetschte zu 9. Das erstmal zu den Abmaßungen und von außen. Nächster Punkt, Display, Display. Wir haben ein Full HD Plus Display beim Zenfone 8, das löst ausreichend scharf aus, 120 Hertz hat das Ding. Wir haben ein mehr wie Full HD Plus, das liegt so zwischen 2K und Full HD Plus Display beim iPhone und hat nur eine Wiederholrate von 60 Hertz. Beides AMOLED Displays, beide schön, beide hell, beide hell genug für draußen. Nicht die allerhellsten, aber beide hell genug. Aber aufgrund, dass das Display vom Zenfone 8 diese schnelle Wiederholrate hat, gewinnt für mich das Zenfone 8 in diesem Vergleich. In diesem Displayvergleich, der Rest ist relativ vergleichbar und gleichwertig. Ihr seht hier eine kleine Punchhole, hier oben haben wir die dicke Notch. Schöner optisch finde ich halt die gleich starken Bezels. Hier haben wir unten ein dickes Kinn, dafür haben wir keine Notch. Dafür haben wir hier die Notch, aber keine. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten sind die Displays unheimlich vergleichbar. Ich habe hier in beiden Fällen noch hier Panzerglas, hier noch so eine Schutzfolie drauf, die ist ein bisschen fetsch. Nächster Punkt und das schneide ich wirklich nur ganz kurz an Software. Wir haben hier iOS und wir haben hier Android. Die beiden miteinander zu vergleichen wäre jetzt Blödsinn, weil jemand, der nur ein iOS-Gerät möchte, wird auch nur ein iOS-Gerät kaufen. Für den stellt sich dieser Vergleich nicht. Deswegen, Vorteil von Android ist zum Beispiel dieses Always-On-Display und so weiter, dass man es schöner customizen kann, dass man es auf sich zuschneiden kann, die Icons ändern kann, Widgets hinlegen kann, wie man will. Ja, bei Apple gibt es mittlerweile auch Widgets. Man kann aber noch nicht mal die Apps so ansortieren, wie man das so gerne will. Die rutschen immer wieder nach. Also das Customizable-mäßig bessere Gerät ist in dem Falle das Android-Gerät, hier in dem Falle das iPhone 8. Wenn es aber darum geht, lange Updates zu bekommen, dann ist das iPhone vorne. Fünf Jahre, denke ich, Minimum kriegt man da Software-Updates. Zwischendrin eine neue Batterie mal rein, hat man aber über fünf Jahre ein günstigeres Gerät, sage ich mal. Kann es lange nutzen. In dem Falle weiß ich nicht, Asus wird wahrscheinlich zwei UI-Updates oder zwei OS-Updates große machen und vielleicht ein drittes Jahr noch Sicherheits-Patchup. Dann ist da auch vorbei. Die Frage ist natürlich, wie lange nutzt ihr euer Ding? Ansonsten mache ich jetzt hier keinen Vergleich iOS-Android. Wie gesagt, das sind so die, sage ich mal, die größten Unterschiede. Nächster Punkt. Und jetzt sind wir schon hier und das ist die Performance. Snapdragon 888, 8 GB RAM, UFS 3.1 Speicher und alles, was man von Flaggschiffen kennt. Apple A14 Bionic mit 4 GB RAM. Ihr wisst aber ganz genau, Apple braucht nicht so viel RAM wie das andere, weil die Software einfach super gut drauf abgestimmt ist. Die machen ihre eigene Software und gut. Im Alltag, beide laufen super performant. Ich muss jetzt hier keine, oder ich kann es ja mal öffnen. Ich mache es mal alle Apps zu. So, und dann schauen wir uns einfach mal hier YouTube Studio. So Nulli-Ulli-Sachen, seht ihr? Zack, zack. Das ist richtig schnell. Dann öffne ich mal, wo ist Instagram? Seht ihr, wie schnell das geht? Der Wahnsinn. Dann öffne ich mal Disney Plus. Zack, zack. Also ihr seht, das Zenfone braucht sich nicht zu verstecken. Und die Frage ist ja, kann das Zenfone mithalten? Geschwindigkeitsmäßig absolut. Kleiner Nachteil, Snapdragon 888. Wie in allen Geräten, die ich bis jetzt hatte, mit dem Snapdragon 888. Das Ding wird unter Volllast heiß. Und Volllast meine ich Genshin Impact in voller Einstellung spielen. Dann fängt er an runter zu drosseln. Im Alltag, kein Problem. Haken an die Performance. Beides wunderschöne Geräte, wenn es um die Performance geht. Jetzt habe ich sie gerade noch so liegen. Dann reden wir auch ganz kurz über die Lautsprecher. Ich werde jetzt nichts abspielen. Dafür müsst ihr mal ein anderes Video gucken. Es gibt Stereo-Lautsprecher. In diesem Falle vom Zenfone 8 gefällt mir die Top-Lautstärke besser. Und es ist mehr Bass am Start. Also Bass im Sinne von Handy-Lautsprecher-Bass. Beim iPhone ist der komplette Klang schöner und räumlicher. Dafür wird es nicht ganz so laut. Für meine Verhältnisse ist das ein Unentschieden bei den Lautsprechern. Schönerer Klang, nicht ganz so laut. Und hier lauter insgesamt und ein bisschen mehr Bassiger. Dafür der Klang nicht so schön. Aber der Vorteil eines Headphone-Jacks. Das haben wir hier beim iPhone nicht. Der eine mag es, der andere nicht. Sucht es euch aus. Das zum Thema Lautsprecher. So, jetzt haben wir hinten den Akkubereich am Start. Wir haben 4000 mAh beim Zenfone. Das wirkt jetzt erstmal nicht so viel. Ist es auch nicht. Und 2800 ein paar Gequetschte beim iPhone. Ihr wisst, iPhones brauchen nicht viel Akku, um relativ lange Akkulaufzeiten zu haben. Bei den Androids ist das schon so. Und gerade mit dem Snapdragon 888. Unterm Strich, ich komme mit beiden Geräten relativ gleich lang. Ich packe das Ding in 2,5-3 Stunden leer zu lutschen, das Zenfone. Wenn ich die ganze Zeit zocke. Ich kann aber auch, wenn ich normal nutze. Und vielleicht die Display-Wiederholrate auf Automatik stelle. So, dass er nur die 120 Hertz nutzt, wenn er es braucht. Komme ich ohne Probleme auf 5 Stunden. Die habe ich aber auch beim iPhone. Wenn ich mich ein bisschen anstrengen, kommen auch 5,5-6 Stunden raus. Das habe ich aber auch beim iPhone. Unterm Strich ist das das gleiche Erlebnis. Geladen wird 30 Watt das Zenfone und 20 Watt das iPhone mit dem passenden Charger. Von der Aufladeleistung her ist das Zenfone vielleicht 5-10 Minuten schneller als das iPhone. Das iPhone kann aber auch noch wireless gechargt werden. G-Laden bis zu 7,5 Watt. Wenn man das MagSafe-Zubehör von Apple nutzt oder von Apple zertifiziert ist, gibt es halt nicht so vieles. Dann geht da auch 15 Watt. Es gibt halt auch MagSafe-Zubehör von Drittanbietern. Da geht auch nur 7,5 Watt wie G-Laden. Ansonsten geht 15 Watt-Laden nur mit, wie gesagt, dem MagSafe-Zubehör. Aber es geht auch generell G-Laden. Das kann das Zenfone nicht. Das kann nur kabelgebunden geladen werden. Und so haben wir den Akkubereich auch schon abgedeckt. Für mich gleiches Nutzungserlebnis. Natürlich schade, dass hier ein größerer Akku rein muss, deswegen das Gerät etwas dicker ist. Aber durch die Abrundung liegt es dann trotzdem relativ gut in der Hand. Akku abgehakt. Kameras. Beispielbilder seht ihr in meinem anderen Video. Kennt ihr das Spielchen? Von den Kameras her, ich kann es ganz kurz machen. Das iPhone schlägt das Zenfone in jeder Kategorie. Das Zenfone kann auf allen seinen Sensoren, 64 Megapixel Hauptsensor, 12 Megapixel Ultraweit und 12 Megapixel Frontkamera, 4K. Auf dem Frontsensor kein 4K60, auf den anderen 4K60 und sogar auf dem Hauptsensor 8K. Das iPhone kann überall 4K60. Bums. Das iPhone schlägt aber das Zenfone in jeder Disziplin. Vielleicht ist mal das ein oder andere Bild da, wo das Zenfone etwas näher dran ist am iPhone und in manchen, wo es halt meilenweit weg ist. Videoqualität zum Beispiel. Da ist das iPhone, das kann Apple halt am besten. Dann so manche Bilder, wo man denkt, oh, jetzt bin ich aber, was den Dynamikumfang angeht, bei dem Zenfone besser unterwegs, weil die dunkle Stelle da unter der Brücke sieht man noch dahinter die Wand, weil das so aufgehellt wurde. Dann hält es aber das ganze Bild auf und dann brennt mir dann der Himmel aus zum Beispiel. Und das ist beim iPhone nicht der Fall. Da ist es dann zwar die dunklen Flecken, dunklen, dunklen Flecken sind dann etwas dunkler oder sind dunkel oder dunkler als beim Zenfone. Warum? Dafür stimmt der Rest des Bildes und das ist mir viel wichtiger. Farben werden auch bei dem iPhone besser wiedergegeben. Da ist ein Blau und Blau und nicht irgendwie ein Lila oder ein Lila ist ein Lila und nicht irgendwie ein Blau. Mein Gesicht wird von der Farbe her wunderschön erkannt und nicht so blass. Das wirkt mir hier alles so blass und das zieht sich durch Videos, Fotos und allem durch, wo man denkt, okay, das ist vielleicht besser oder nicht besser. Also Kamera geht ganz klar an das iPhone. 100 Prozent. Ja, gewinnt das iPhone. Ich würde sogar sagen, in manchen Situationen sogar richtig mit Vorsprung. Letzter Punkt. Konnektivität. Wir haben alles am Start. Wir haben beim Zenfone sogar noch einen Headphone-Jack. Das ist beim iPhone leider nicht. Wir haben IP-Rating in beiden Fällen. IP 6.8. Das ist löblich. Das ist schön. Wir haben keine Speichererweiterung. Wir sind gebunden an das, was da eingebaut wird. Es gibt auch noch eine 256 GB Variante hier. Kennt ihr. Bei Apple ist das ebenfalls der Fall. Alles drin, alles drum, alles dran. Wie gesagt, Wireless Charging fehlt beim Zenfone. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Mein Fazit. Klarer Fall. Wenn ihr nicht an ein Ökosystem gebunden seid, sprich Apples Ökosystem, dann ist das Zenfone in meinen Augen ein würdiger Herausforderer und kann in vielerlei Hinsicht mithalten, was die Performance angeht, was das Display angeht, was die Verarbeitung bis auf den Power-Button ein bisschen wackelt. Aber was die Verarbeitung angeht, was die Ausstattung angeht, wir haben noch einen Headphone-Jack, wir haben USB-C, wir haben Dual-Lautsprecher, wir haben IP-Rating. Kann es voll mithalten, wenn mir das Betriebssystem egal ist. Wo dann der Cut kommt, ist ganz klar bei den Kameras. Das heißt, ihr sucht ein handliches Gerät, euch ist das Betriebssystem egal und Fotos sind hier und da mal ein paar Schnappschüsse, dann seid ihr beim Zenfone absolut richtig. Für mich persönlich mag ich einfach der Formfaktor des iPhones. Ich habe euch das gesagt oder gezeigt, wenn ihr jetzt hier irgendwas schreiben wollt, dann ist man sehr crumpy mit seinen Fingern. Das ist hier besser, weil es einfach ein anderer Aspect-Ratio ist und man dann einfach schöner Themen kann. Das mag ich halt am iPhone, was dann dazu geführt hat, dass das mir zu klein war. Obwohl es ja nicht viel mehr Footprint hat, wenn man so guckt, wenn man das mal hier so drauf liegt, ist ja nicht wirklich viel kleiner als das iPhone. Dass mir das zu klein und zu krampfig war und durch den anderen Aspect-Ratio 18 zu 9, war mir das groß genug und aber auch klein genug, was es dann für mich schöner macht. Natürlich, der Preis muss berücksichtigt werden. Straßenpreise um die 650 Euro, das kriegt ihr schon um die 800 Euro. Da müsst ihr wissen, ist euch der Aufpreis das wert? Natürlich, wenn ihr im Ökosystem unterwegs seid, dann gibt es diese Frage nicht. Aber ansonsten ist das, denke ich, doch schon ein durchaus Herausforderer mit einer Einschränkung und zwar die Kamera. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr länger darüber sehen wollt und wollt auch Beispielvideos und weniger gecuttete Inhalte sehen, ich habe zwei Varianten davon. Die Shotcut, das seht ihr hier. Und dann habe ich die Extended Version. Die kommt zeitgleich raus. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr unten auch, Kapitel könnt ihr springen. Deswegen, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.